Dieses Mal möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie offene Bildungsressourcen mit unterschiedlichen Lizenzen kombinieren können und worauf Sie dabei achten müssen. Ich erstelle dazu eine Präsentation, ich habe dazu eine passende Skizze und eine schöne Illustration gefunden und auch einen sehr guten kurzen Textauszug. Und alles unter offenen Lizenzen. Wir machen uns an die Arbeit und ergänzen den Text, geben die Skizze dazu und am Anfang betten wir die Illustration ein. Dann fragen wir uns, welche Lizenz unser neues Lehrmaterial hat, denn die ursprünglichen Objekte hatten unterschiedliche CC-Lizenzen. Die Illustration stand unter CC0, die Skizze unter CCBY und der Text aus Wikipedia steht unter CCBYSA. Hm, die Lösung ist gar nicht schwer. Die Lizenz mit den meisten Vorgaben ist hier CCBYSA. Sie ist quasi die strengste. Wir müssen uns in jedem Fall an ihr orientieren. Das heißt, wir müssen für unsere Präsentation diese Lizenz, also CCBYSA, verwenden und natürlich auch alle weiteren Angaben machen. Damit man sich das alles besser merken kann, wurde die sogenannte Cupcake-Regel entwickelt. Hier im Bild sieht man einen Cupcake, welcher aus unterschiedlichsten Bestandteilen gemacht wurde. Die grüne Papierhülle ist CC0 lizenziert. Die Orange Creme ist CCBYSA4.0 international lizenziert und die roten Kugeln sind CCBY4.0 international lizenziert. Daraus ergibt sich, dass der gesamte Cupcake unter CCBYSA4.0 lizenziert werden muss. Denn das ist die Lizenz, die die meisten Vorgaben macht. Und die Cupcake-Regel? Ja, die besagt, dass man anderen nicht mehr erlauben darf, als einem selbst erlaubt wurde. So einfach. Möchte man andere CC-Lizenzen verwenden als diejenigen, die ich als offen vorgestellt habe, wird es schnell noch komplizierter. Viele Kombinationen sind dann gar nicht mehr möglich. Wenn man also möchte, dass die eigenen Ressourcen von anderen sehr leicht genutzt werden können, sollte man sich für die CC0 oder CCBY-Lizenz entscheiden. Die Erfahrung zeigt, dass Lehrmaterialien vor allem dann gut weiterverwendet werden können, wenn diese beiden Lizenzen verwendet werden. Und wir wollen ja, dass unsere Materialien verwendet werden und zugänglich sind.